Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield hier in einem fröhlichen Jagen. Wir spielen Endgame. Arne hat schon kaputtes Motorrad, aber weil die Zuhör nicht passt. Ist das unsere Flagge oder ist die gegnerische Flagge? War die Lava schon? Nein. Nein, wir warten ja. Das ist meine Flagge, die gehört nur mir. Weil die jetzt alle hierher kommen. Wenn die wegnimmt, dann bring ich mich um. Ja, wir spielen Endgame. Ich hab das Fliegler. Ach ne, ich war lieber nicht bei Wadi. Ich bin so gefährlich. Ich hab die Rampe gefunden, Arne. Ja, sehr schön. Ich hab das vorhin auch mal Sachen zu tun, als wir die Flagge in der Hand hatten, Mann. Zäh. Okay, was? Was ist der Fun? Das war intelligent. Woher kommt Arne? Komm, one versus one, one versus one! Arne, bist du auch auf dem Motorrad, Arne? Ja, ich bin grad gegen ein Gegend gefahren und hab 15% im Motorrad gehabt. Das ist ja schon mal geil. Boah, der kippt weg mit so Lappenhaft hier, ey. Mann, kommst du selber. Wenn man das nicht selber hat. Guck mal, diese Pratikanten. Fangen wir mal an. Nee, 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 nee. Aber wofür ist der war denn eigentlich schon wieder? Ich bin fast schon wieder, ich bin fast schon wieder. Nein, wir haben die Flagge gerade, ich beschütz den. Arne, ich drücke ihn kurz zu einem Spawnbar für dich. Morpid. Ey, du Romo, Alter, was machst du hier, Alter? Bring die Flagge nach Hause, da, wo sie hingehört. Ja, er hat doch vielleicht auch, die Gegner haben auch die Flagge wahrliegen. Letztendlich können wir die wegbringen. Nein, das Problem war, die anderen hat gefahren noch die Flagge. Und gestern ist das Haus eigentlich noch reingefahren, anstatt die Flagge nach Hause zu bringen. Wahrscheinlich hat er schon gesehen, dass da noch welche sind. Ach, das Ding in Rupe ist ja geil. Ja, sicher. Geil. Ah, wer hat unsere Flagge, äh, die feinste Flagge gedroppt. Ey, die Hohengel verflügelt. Hab ihn. Eins, wenn du es dir hättest, du brauchst was. Komm rüber hier, scheiß Motorrad. Ach, komm mal hier in die Kühl, die Steine. Nee, 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 nee. Kick-Shot. Oh, hier ist irgendwas im Weg. Oh, Alter, ein Dreh hinter uns ist was. Ich weiß. Mann, die ist mit Hohengel, we're down. Ist das vor uns? Ah, hast du nicht gesehen, ey. Das war doch nice angepasst. Mann, geil, Alter. Tank! Ach so, ist unser Tank. So. Oh, nee, nehm ich ihm jetzt. Ja, Flagge zurück. André, komm. Ich hab die Flagge zurückgebracht. Ja, ja, brenn die Flagge weg, du Idiot. Warte, Alter, ich hab extra die andere Flagge geholt. Los, los, go, 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 go. Ich save dich, du da gut tankt hier. Keiner da. Ah, da, da, da. Sehr gut, der Fall ist ja gar nicht. Lockt. Wenn du tankt an die Oby-Ramme vorne. Äh, kannst du es ja fangen. Stimmt. Da drüben ist einer. Da drüben ist einer. Ah, hier ist einer. Bleib mal stehen! Und schwer weg. Spann den Krab. Ab ihn, alles klar. Ich kräfte aber auch nicht. Geil. So. Ja, da haben wir schon viele Kugeln vom Großkollibe ausgehalten. Fett sein. Da sollen wir nicht so viele Kugeln fressen. Na, 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 sterben. Toll, wirst du wie... Findest du mal scheiße, dass du das mal nicht mitkriegst, wenn die Flaggen so weg sind schon. Alter, ich find's extra klar reinfallen und zieh wieder, oh, Flaggen schon wieder weg. So, besser aufbauen. So, bleib mal hier stehen und wende mal am besten an. Oder fahr da rechts rum. Geht auch. Ja, jetzt... Ja... Keine Fasseligen gehabt. Fast ist nicht, äh... Keine Fasseligen gehabt. Die repotiert in die Hunde. Jawohl, der brennt. Und jetzt ist er kaputt. Hilf über kill 55. Der blutfloppt im kleinen Moppet. Ihr guckt jetzt mal, wie bei dir geflogen ist. Wie geil! Ich fahr'n Moppet. Haben die gerade unsere Flagge? Na, wo du jetzt guckst, da fahren Moppet gleich hierher. Alter, komm. André, was musst du jetzt machen? Nein, Männer! André, wir holen jetzt die Flagge. Ja... Ja, jetzt hat Walid die Flagge, ey. Walid steck hier ein. Walid steck hier ein, Mann! Steck hier ein! Lass mich in Ruhe! Ich mach das alleine. Ey, erst für dich zu. Vor uns! Vor uns! Oh, jetzt geht das. Der Walid ist nicht in der Weg. Kann er eigentlich gleich hier... Wo? Hier bleiben. Da könnten wir, da ist der Panzer. Betroffen, kampfundfähig. So, wo muss ich jetzt die Flagge hinbringen? Ah, Flagge! Oh, Moment! Haha! Ist das nicht doof, die lassen die Panzer da stehen, obwohl der entkommend ist. Ja... Muss man schon abschneiden. Der wusste wohl schon, dass das nichts mehr wird. Jetzt hinter uns kommt gleich einer. Ja, ich sehe das. Ich weiß auch. Dabei bin ich noch ausgefliehen. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Also... Na gut, egal. Ja, ich... Hb Simon. Ja, ich hab Ari mit dem Motorrad überfahren. Nachdem ich einfach mein Heck umgedreht hab, beim Bremsen. Sehr gut. So. Jetzt kann ich mal meine Spawn-Bug hier austesten. Wollte ich immer mal machen. Muyaah! Ich will die Axt ziehen, Alter, gerne. Geh aus! Der ist nur auf wie viel Fleck holen, Alter. Die nächste kriegst du nicht, das ist eigentlich jetzt schon. Die höre ich mir nämlich. Tschüss, Mali. Das andere Team hat auch die Flagge. Den hole ich mir, ich bin hier gerade bei deren Phase. Uh! Ah, das kann sein, dass ich gleich so'n Jeep auskriege. Weebes! Hast du das gesehen? Ich war direkt hinter dir, direkt im Jump, Alter. Es war richtig schön. Nein, die Flagge ist da oben! Scheiße! André, ich wurde mitten in der Luft von einer Rakete runtergeholt, ey. Aus dem Heli? Vom Heli? Ja! Mitten in der Luft von einer... Boom! Weg! War so mies, ey. Richtig mies. Oh, ich werde da beschissen. Das ist natürlich nicht so. Das ist weg des Ganzen. Ach, da hinten steht der Sack. Nee, schon gar nicht. Vor mir. Geil. Hammergeil. André neben dir ist einer, rechts neben dir. Rechts neben mir? Ach, ja, da war er. Da hab ich nicht gestorben mit nem gerade in deinem Zaun. Guck, wieso schon. Scheiß-Kennfer hat das nachbekommen. Nein! Diese Scheiß Z11, Alter, die hat mich keiner verfolgt. Die Flagge ist fast nicht verfolgt, ey. 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 Jo, na klar. Was ist das denn hier für ein Scheißgerät? Mir will ich nicht. Diese Scheiß-Flage, die liegt da fast direkt in der Base drin, Alter. Ja, Hauptsache, du fährst! Äh! Mann, Alter, die Flagge ist noch da vorne! Pass überhaupt auf, der Z11 zerregt hinter deiner Fresse, ne? Jo, der Penner, der brauchst du gar nicht campen bei der Flagge. 1390! Ist klar! Ja, genau, Alter. Ja, der wird drin. 1490, ey. Pass auf, warte. Der kommt 19 gerade von der Seite, ne? Ich hab gerade schon die Flagge schon eingehaut. Sehr gut. So, ich will jetzt ein Motorbike nach nicht, ey. Mal abhauen, ey. Oh, da haben wir schon mal den ersten Gegner gespielt. Nein! Mann, der kommt immer wieder von der anderen Seite, weiß der. Guck mal nochmal, können wir hier noch irgendwas Spezielles ausrüsten für die... SKS, nehmen wir nochmal zwei rein. Komm mal, Ali! Help mich los! Ja, warte! Okay, los, 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 los! Da hat einer hinter uns, da hat einer hinter uns! Da hat einer hinter uns! Da hat einer hinter uns direkt! Nein, ich bin tot! Da war einer direkt hinter uns. Süß. Scheiße, Alter. Steht einer mit der ATV direkt vor mir, ey. Na, wo fährst du denn hin? Ich will mal unsere Flagge wieder haben. André, ich bin direkt hinter dir. Die kommen dir jetzt entgegen, wenn du da warst. Ja, hab ich schon gesagt. Ja, ich hab sie! Komm André, die Punkten... Oh! Hinten! 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 Auf den Bergsatz! Boah, scheiße! Z11! Ich lebe noch! Ja, schon wieder der Level 100 in der Zeit. Scheiß Z11, Alter! Die macht mir aber nichts, die haben mich, glaube ich, zurückgebracht. Sehr gut! Nice go! Weg hier, Alter! Ich hab mich gespottet, ne? Also... Ich weiß, aber dann ist mir jetzt egal. Ich hol mir... Ja, ich hol mir... Oh, Motorbike! Was? Der wollte mich überhaupt kennenlernen. Der lacht... Ja, genau, Alter! Ja, genau, Alter! Alter, hauptsache ich glaube ich 2x6, ne? Ist klar, Alter. Keiner fit da hin. Bring doch die Flagge weg, Alter! Mann! Wo cruisen die denn noch rum? Alter, warum haben wir eigentlich keinen... Wir haben keinen... Wir sind unterbeikommen, das ist... Scheiße, ey! Wo seid ihr beide? Ich komm zu euch! Ich kann kein iPhone... Ey, ihr fahrt in die... Ihr fahrt in die falsche Richtung, ihr Noobs, Alter! Bringt die Flagge nach Hause! Was machen die da? Was machen die da? Hallo! Andre, ich bin da! Die haben gerade ihren Panzer direkt vor der Flagge platziert. Ne, 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 die fahren anders, die fahren anders. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch! Ah, ne! Echt vor uns! Ach, du bist das, Walli! Vor uns, Walli! Vor uns! Genau da! Geradeaus! Geradeaus! Die Flagge ist da! Die Flagge ist safe! Diebstoff, Junge! Ja, geil! Ja, geil! Kann so ich was noch fahren? Komm, das Ding kommen erst nach Hause hier! Ja! Das ist genau das Richtige für mich! Einfach Gas geben vor uns! Jeep! Motorrad! Okay, Jungs! Ich bieg mal hier rechts ab! Nein, warum? Doch, hier geht's zur Flagge hin! Weil es ist kein Softer-Ding-Flappern können! Nein, da war noch ein Motorrad! Ach so! Guck, da ist das Loch! Kaboom, Alter! 4 von 6 Flaggen, Robert! Ja, das ist ein kleiner Fixer, ja! Guck mal, mit Abstand der beste Team, Alter! Ja! Ja, komm, Alter! Du bist auch ein kleiner Noob in der 4 Flaggen! Boah, hast du grad mein Ding gesehen, ey! 433! Wollen wir gleich noch ne Runde ranhängen? Ja! Ja, ja, ja! Über... 2 Minuten! Ja, gut, dann nehmen wir halt noch ne Runde ran! Aber ich habe gleich mal... Ah, vernab... Vernabtes Banner! Ich habe ja fast schon abgeschlossen! Du willst... Du willst unbedingt ultra-hard-kommen spielen? Ja, ja, ich... Ich... Ich gebe euch gehört... Ja, ja, ich gebe euch das richtig, ultra-hard-kommen! Ich habe gehört, du wirst mal eh denn nicht sterben! Mhm! Ich will endlich meine scheiß-Sniper-Aufträge fertig haben! Boah, mein Ping, ey! Was los? Was stellen los, André, bis wir ein Porno runterladen, oder was? André, nimm dich dann gestern Pornos runter? Habe ich so auf seiner... Ja, ja... Als ich sein PC geheckt habe... Ja, richtig, richtig! Habe ich bei dir aber auch...